NLP ist eine Sekte, eine manipulative Sekte vielleicht sogar, komplett unseriös und überhaupt nicht wissenschaftlich, also halte ich lieber fern davon. Das ist eine Aussage, die ich immer wieder höre, das sind genau diese Mythen, die in diesem Thema, in diesem Bereich so kursieren und ich möchte heute sagen, warum diese Themen vielleicht zum Teil sogar stimmen, worauf du achten solltest und warum ich vielleicht dann doch in manchen Bereichen anderer Meinung bin. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Thema an, NLP ist eine Sekte. Ja, also, da sind wir schon mitten im Thema drinnen, ich höre das zum Glück sehr selten, aber trotzdem, ich kann mich erinnern, als ich damals mit meiner NLP-Ausbildung begonnen habe, ich war ja damals noch sehr jung, also du weißt ja, das war damals noch Schulzeit bei mir und ich habe damals natürlich meine Eltern gefragt, ich würde gerne NLP machen und ich weiß ganz genau meine Mutter, da hast du mir gefragt, Mario, was machst du nicht, weil NLP ist eine Sekte. Es ist natürlich von Vorteil, wenn du jung bist und so wie ich das damals war, habe ich gedacht, okay, dann erst jetzt, muss ich das mal anschauen, aber nicht alle natürlich sind dann so wie ich, dass sie trotzdem das tun und natürlich hat das eine Berechtigung, wo kommt das Ganze denn her. NLP ist ein sehr effizientes Tool für Kommunikation, für Persönlichkeitsentwicklung, weil es eben darum geht, Menschen besser zu verstehen und es geht darum, die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn zu entschlüsseln. Das heißt, NLP hat sehr viele Techniken zunutze gemacht, die jetzt aus dem Public Speaking auch zum Beispiel kommen, weil NLP ist Modellierung von Exzellenz. Die großen NLP-Trainer, die es gibt, sind alle gute Redner und jetzt sind wir genau bei diesem Thema, wo es natürlich etwas schwierig wird und wo dann dieser Sektencharakter oftmals auftaucht und ich verstehe das auch absolut, denn manche stellen sich auf die Bühne und lassen sich teilweise wirklich verehren, also wenn man sich die großen NLP anschaut, so mit hunderten Menschen, wenn nicht sogar tausenden Menschen, dieses Gurutum, das man kennt, wo die dann von einer einzigen Wahrheit sprechen und sagen, das ist das Richtige und das ist der Weg und wenn du das machst, dann wirst du dein Glück, deine Leidenschaft, deinen Erfolg, was auch immer finden. Das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr gefährlich ist. Ich habe dazu ja auch schon ein Video über Tony Robbins zum Beispiel auch gedreht, wo ich das auch beleuchte, welche psychologischen Mechanismen da stattfinden, wenn solche, könnte von außen wirklich sektenähnlich sogar ausschauen, gibt ja auch im deutschen Sprachraum einige von diesen großen Motivationsrednern, wo ja auch erst vor kurzem so ein riesen, riesen Herr Skandal, wie man es auch sehen mag, aber zumindest in Zeitungen, das irrsinnig breit ausgetreten war, so Sektenveranstaltungen und so weiter. Und ich sage, sei da durchaus sehr vorsichtig, denn ich persönlich bin kein Freund von Gurus, ich bin auch kein Freund von Massenveranstaltungen, das weißt du wahrscheinlich, wir machen unsere Seminare hier natürlich nur in der Kleingruppe, weil ich einfach glaube, die Qualität ist dadurch sehr viel höher und ich sehe den riesengroßen, das größte Problem und deshalb seid dann vorsichtig, wenn das irgendjemand sagt, in dem Moment, wo jemand sagt, mein Weg ist der einzig richtige, dann pass auf. Und das tun eben die Großen, warum? Weil es zieht, Menschen wollen halt diese eine einzige Lösung haben, Menschen wollen sich auch nicht mit kritischen Gedanken beschäftigen, Menschen wollen halt einfach diesen Weg zum Ziel auf dem Silbertablett präsentiert bekommen und das macht natürlich den Weg frei für diese ganzen Gurus, für, ja, gehen wir aus meiner LP mal raus, die ganzen Methoden, also wenn man sich Robert Cialdini zum Beispiel anschaut, die Psychologie des Überzeugens, dann ist es amerikanischer Psychologe, der ja ein sehr bekanntes Buch, eben dieses Buch geschrieben hat und der hat sich ja auch in so Sektenveranstaltungen hineingesetzt, ja, von unterschiedlichen, wirklich auch titulierten Sekten und hat dann halt einfach erkannt, dass diese Muster, die dort hereingezogen werden, um Menschen zu beeinflussen, überall die gleichen sind. Sowohl im Verkauf sind das dieselben, als auch im persönlichen Kontakt mit anderen Menschen, wenn man einfach nur vielleicht im privaten Bereich ist, die Frage ist immer nur, wie wird es eingesetzt? Und aus dem Grund muss man natürlich sehr vorsichtig sein, viele nutzen diese Techniken, sagen dann gar nicht dazu, was sie vielleicht machen und deshalb sage ich, sei unbedingt kritisch, wenn es um sowas geht, sei kritisch, wenn viele Menschen zusammenkommen, die alle eine Person vielleicht verehren, sei kritisch dann, wenn alle vielleicht sagen, das ist der einzige Weg, der zum Ziel führt und das ist auch der Grund, warum wir ein LP nach John Grinder machen, weil der John einfach eine Person ist, der ist einfach sehr nahbar, der hinterfragt sich ständig selbst, der ist auch jemand, der dir wirklich auch sagen würde, wenn du dich zu tief in ein Thema rein begibst, er hat das damals ja zu mir, weil wir abendessen waren, hat er auch gesagt, Mari, du machst einfach zu viel NLP, machen wir was anderes und vor allem auch in kleinen Gruppen, weil auch das immer ein sehr gutes Qualitätsmerkmal natürlich ist, wo man das dann sehr gut unterscheiden kann. Deshalb NLP ist natürlich keine Sekte, das ist natürlich ganz klar, aber was man schon sagen muss, ist, dass es oftmals daran erinnert, wenn jetzt so irgendein Trainer vor 10.000 Leuten steht, dann verstehe ich auch diesen Blick nach außen, nach da, wenn du da Meinungen dazu hast, wenn du Inputs hast, dann kommentiere das auch sehr gerne unter dieses Video, vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, denn diese Meinungen, die gesellschaftlich vorherrschen, die sind ja durchaus auch berechtigt, wenn man sie kritisch betrachtet. Also man muss nicht alles glauben, was man hört und was man denkt, das ist ganz klar, aber kritisch das zu diskutieren, da bin ich sehr, sehr gern bereit dafür. Der zweite große Punkt, wo Menschen immer sagen, boah, NLP ist ja nicht wissenschaftlich. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, der für mich persönlich ein sehr wichtiger ist, denn ich habe immer gesagt, und das unterscheidet natürlich auch dann wieder das, was wir machen, was NLP ist, von auch Sekten her mitunter, weil ich habe immer gesagt, das, was wir machen, muss ein wissenschaftliches Fundament haben. Du weißt, ich habe mir natürlich mein Kernstudium aus der Wirtschaft, aber auch mit Wirtschaftspsychologie, da habe ich auch einen Master gemacht, da muss Psychologie einfach lernen und verstehen, Psychotherapie und alles, was wir machen, das ist mir ganz wichtig, basiert auf einem wissenschaftlichen Fundament. NLP ist in den 70er Jahren entwickelt worden und ich kann mich erinnern, als ich damals zu John Grinder gegangen bin, das war vor vier Jahren ungefähr, und ich habe zu John gesagt, John, das, was ihr gemacht habt, das ist ja, ich glaube, Millionen von Menschen, aber warum habt ihr eigentlich nie wissenschaftliche Studien durchgeführt dazu? Ich meine, John, du bist doch Doktor der Linguistik, selbst Universitätsprofessor gewesen, also, was, warum habt ihr das nie gemacht, warum macht ihr das nie wichtig? Und John hat zu mir gesagt, Mario, für mich war es immer wichtig, ein Praktiker zu sein, ich habe immer gern beobachtet, modelliert, ich habe immer gern einfach getan, mir war die Wissenschaft eigentlich nie so, nie so, nie so, für mich persönlich wichtig, für das Feld NLP ist es mir aber wichtig und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, wenn Menschen kommen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, die diese Themen auch mal durchleuchten, die kritisch an die Sache rangehen. Und genau aus diesem Grund ist es ja auch so, dass viele Themen, die in den 70er Jahren von Bandler und Grinder ins NLP gebracht wurden, modelliert wurden, viele Dinge heutzutage sehr gut wissenschaftlich belegbar sind, wie zum Beispiel Rapport mit den Spiegelneuronen, VACOG zu weiten Teilen, viele Dinge, die man aus dem Mentaltraining heutzutage ja kennt. Also man könnte eigentlich sagen, das meiste, was wir im NLP machen, kann man heutzutage mit sehr guten Studien hinterlegen, kannst du auch gern den Podcast von uns anhören, ich glaube Folge 14 oder so müsste es sein, wo ich das Thema auch nochmal sehr kritisch auch beleuchte, das Thema der Wissenschaft. Und man muss aber auch dazu sagen, dass manche Themen aus den 70er Jahren einfach Schwachsinn sind, die sind widerlegt wissenschaftlich und dann muss man meiner Meinung nach halt auch den Mut auch haben, das rauszuwerfen. Und auch wenn es vielleicht ein Bandler oder ein Grinder noch immer tun, haben wir gesagt, na manche Dinge, das kann man halt einfach nachlesen, das ist einfach auch im Metastudium schon widerlegt, dann lassen wir es halt einfach raus. Also für mich persönlich ist es extrem wichtig, hier auch zu sagen, NLP an sich ist natürlich nur eine Methodik, aber wenn man in die einzelnen Themen reingeht, in die einzelnen Techniken reingeht, dann kann man das sehr gut wissenschaftlich mittlerweile herleiten, vieles davon. Alles, was nicht wissenschaftlich belegbar ist, darf man gerne rauslassen. NLP ist auch ein offenes Format, wo du wirklich Dinge auch reinnehmen kannst, die vielleicht mehr Fundament haben als manche andere Dinge. Also sei auch da ruhig kritisch, ich bin es auch. Und wenn du da eine andere Meinung hast, da gibt es irrsinnig viele Meinungen dazu, dann diskutiere da auch diesbezüglich gerne mit unter diesem Video, weil das ist halt für mich eine Sache, die für mich so relevant ist, weil ich ja auch ein Mensch der Wissenschaft bin. Also ich schreibe gerade bei Doktorat, auch da geht es großteils um NLP. Und ich glaube, wir hätten da sehr viel zum Austausch bereit und auch da öffne ich die Tür. Auch das ist für mich sehr wichtig, diese kritischen Stimmen auch wirklich zuzulassen. Was haben wir noch für Mythen, die so um das NLP ranken? NLP ist manipulativ. Das ist vielleicht so einer der Klassiker. Ja, das nutzen ja nur Politiker und das ist manipulativ. Und dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Ich kann da nämlich sagen, es stimmt. NLP ist absolut manipulativ. Und ich finde, das ist das beste Manipulation der Werkzeuge, das es gibt. Denn NLP stammt aus dem Coaching, aus der Therapie. Und im Coaching, in der Therapie geht es ja darum, dass wir einen Zustand verändern. Einen Zustand, wo Menschen mehr wollen. Im Coaching zum Beispiel, wo sie sich persönlich verändern wollen, weiterentwickeln wollen. Wo sie genau das, sich selbst manipulieren, um besser zu werden. In der Therapie, wo Menschen vielleicht krank sind, wo sie sehr tiefsitzende Probleme haben. Diese Probleme so zu manipulieren, dass sie vielleicht sogar zu einer Stärke werden oder zumindest nicht mehr belastbar sind. Manipulation heißt, wenn man sich die Wortbedeutung anschaut, von Hand bewegen oder die Handhabung über etwas haben. Und ich bin ein großer Fender von die Handhabung, über etwas zu gewinnen. Ich bin ein großer Fender von die Handhabung, über das eigene Leben zu gewinnen. Ich bin ein großer Fender von anderen Menschen, die Handhabung über ihr Leben zu geben, sich selbst manipulieren zu können. Und ich bin auch ein großer Fender von Menschen, zu zeigen, wie viel Einfluss sie auf Situationen und auf andere Menschen haben. Weil genau dann können wir beginnen, mit anderen Menschen so umzugehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht mehr hindern. Ich sage immer, die meiste Manipulation passiert in Momenten, wo wir es gar nicht wollen. Menschen, die uns lieb sind, denen klopfen wir dann diese Glaubenssätze rein, obwohl es eigentlich nur gut gemeint ist, wie du kannst das nicht, du darfst das nicht, du sollst das nicht tun, du bist nicht gut genug. Das hören wir ja von Menschen, die uns nahestehen in der Regel. Und das ist NLP und da hilft NLP dabei. Und selbst auch so zu manipulieren, aber auch andere Menschen vielleicht sogar positiv zu manipulieren. Natürlich gibt es Menschen, die das nicht im Sinne der anderen einsetzen, sondern sehr auf sich selbst bezogen sind. Da habe ich eine klare Meinung dazu, nämlich diesen Menschen sollte man diese Fähigkeiten im besten Fall nicht anbieten, nicht geben. Es ist natürlich sehr viel im Internet vorhanden, das ist ganz klar. Ich achte da sehr stark darauf, auszuwählen, in wem gebe ich welche Fähigkeiten mit. Schlussendlich hängt es aber immer von der Person selbst ab, wie ich diese Techniken einsetze. Es sind sehr machtvolle Techniken, für mich persönlich die besten Techniken, die es gibt, wenn es um Veränderung, wenn es um Beeinflussung, wenn es auch um Kommunikation geht. Und aus dem Grund nutze diese Techniken für dich mit anderen und dann wirst du sehen, wirst du ein richtig, richtig guter Manipulator werden, dich selbst und andere zu einem besseren Ich in Richtung Zukunftsbildung. Du weißt, Zukunftsbildung heißt für uns ja, Zukunft aktiv selbst zu gestalten, Zukunft aktiv selbst zu manipulieren, nämlich für sich selbst. Und auch da vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, dass Manipulation, das Wort an sich nicht negativ ist. Es ist die Bedeutung, die du dem beimisst. Also, in diesem Sinne, abonniere unseren Kanal, kommentiere fleißig mit. Ich glaube, das ist ein sehr kontroverses Video und ich bin gerne bereit, mich damit dir auszutauschen. Like unser Video und wir sehen uns wieder, wenn es auf unserem YouTube-Kanal um Zukunftsbildung geht. Alles Liebe!